Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Jahreshoroskop 2018 Tierkreis zeichnen Wassermann Erstmal möchte ich Jahr 2018 im Allgemeinen beschreiben. Und es gilt nicht nur für die Wassermanngeborenen, sondern für alle Tierkreis zeichnen. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Natürlich ist wichtig Gefühlen, Liebe und Partnerschaft. Aber es ist auch tolle Ideen, Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit. Venus ist auch die Planet, die Harmonie und Frieden. Und immer mehr Menschen haben auch dieses Bedürfnis nach Frieden. Venus bedeutet auch kleines Glück. Und dieses Glück begleitet uns im Jahr 2018. Venus bekommt Einflüsse von Saturn, von Pluto und von Lilith. Saturn erteilt uns noch Lernaufgaben, besonders in Liebe und Partnerschaft. Saturn ist auch die Planet der Schicksal. Das bedeutet schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen. Saturn ist auch der Hüter der Karma, karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen. Dann kommt die Lilith-Einfluss, Wünsche, Sehnsüchte und Träume, aber auch die Neigung davonlaufen. Und hier belernt uns Saturn nochmal die Wünsche, Sehnsüchte, Träume bitte ernst nehmen. Das kommt gerade in Form, also nicht davonlaufen. Die Pluto-Einfluss, das inneren Kraft, diese konzentrierte Kraft, die Kraft, die Transformation. Aber Pluto erlaubt nichts, was diese Kraft raubt, diese Kraft stört. Und das lernen wir auch, aufräumen in unserem Leben, kündigen, trennen, verabschieden, loslassen. Alles, was uns hindert, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein. Und dabei sollen wir auch an unseren Gefühlen auch denken, wie Schuldgefühl oder Angst. Weil es sind auch Stolpersteine in unserem Leben und davon sollten wir auch verabschieden. Wir lernen 2018 noch etwas. Kommunizieren und über Gefühle zum Sprechen. Aber es ist nicht immer klug, offen zu sein und sagen, was wir denken und offene Gefühle zeigen. Es gibt Situationen, wo besser ist, wenn wir schweigen. Und das sollten wir ausbalancieren. Wann ist es angebracht, etwas sagen, was wir denken oder über Gefühle zum Sprechen. Und wann ist es angebracht, ihr nichts sagen. Wie der gute Spruch auch sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das sollten wir auch daran denken. Wie trifft es die Wassermanngeborenen? Die Wassermanngeborenen bekommen Jahr 2018 Klarheit, Orientierung. Sie werden tolle Ideen haben. Sie werden Erkenntnisse haben. Sie verstehen auch die Zusammenhänge. Oder haben sie einen tieferen Blick an dem Geschehen. Und das ist auch ein beruflicher Erfolg, ein Aufstehen, Anerkennung. Und bei vielen Wassermanngeborenen ist es auch eine Veränderung in beruflichen Situation. Sie können sich beruflich verwirklichen. Die Wassermanngeborenen haben Glück im Ausland. Oder Glück mit Sprache, Kontakte mit Ausland. Das können auch Verträge sein von Ausland. Oder eine schöne Reise und schöne Erlebnisse im Ausland. Oder ein Vorhaben. Zum Beispiel beruflich etwas im Ausland aufbauen. All da haben die Wassermanngeborenen auch Glück. Wo die Wassermanngeborenen achten sollen, dass sie die Liebepartnerschaft nicht verdrängen, sondern das bewusst wahrnehmen und auf anderen zugehen. Oder mal Gefühle zeigen. Oder über Gefühle auch mal sprechen, kommunizieren miteinander. Also das ist wichtig. Dann die Freundeskreis, Bekanntenkreis. Bisschen überprüfen. Weil die Wassermanngeborenen haben auch Neide. Und da sollen wir das bisschen auch aussortieren. Wer sind die ehrlichen Bekannten und Freunde? Und bitte darauf auch achten. Und was noch wichtig ist, bei diesem beruflichen Erfolg, und das kann ich astrologisch versprechen, es ist beruflicher Erfolg. Gerade was die Wassermanngeborenen erleben. Daran bitte nicht zweifeln. Das sind auch Stolpersteine, wenn man anfängt, an etwas zu zweifeln, an ihren Ideen oder Vorhaben. Oder an diesem Erfolg zu zweifeln. Und noch ein Hinweis für die Wassermanngeborenen. Es werden unerwartete Ereignisse kommen oder Glücksfälle. Und das betrifft die Finanzen, das Geld. Entweder kommt unerwartet Geld oder haben sie Gewinnchancen. Also es ist nicht dieses Geldfluss, was die Wassermanngeborenen investieren und rechnen damit. Sondern es sind unerwartete Ereignisse, was plötzlich kommt, unvorbereitet. Entweder bekommen sie Geldgeschenk oder gewinnen sie am Lotto oder finden sie Geld auf die Straße. Also etwas, wo unerwartet kommt und das ist das Geld, was auf die Wassermanngeborenen zufließt im Jahr 2018. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein. Möchten Sie gerne wissen, wie bei Ihnen persönlich Jahr 2018 ausschaut. Das kann man auch maßgeschnitten natürlich anfertigen. Sie können eine Jahreshoroskop-Analyse 2018 bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Dann kann ich genau beschreiben die Jahrestendenz und auch die einzelnen Monate. Ganz genau, was ist zum Erwarten. Welche sind die richtigen Augenblicke. Wo zum Beispiel dieser Glück, dieser finanzielle Glück da ist oder die Chancen da sind. Und natürlich auch die Hindernisse. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Manchmal braucht man keine Analyse. Es gibt es auch nicht um schicksalhafte Ereignisse, sondern Fragen, was den Alltag betrifft. Wie zum Beispiel, kommt er wieder zurück? Liebt sie mich noch? Sehe ich ihn in den kommenden Tagen? Kann ich meinen Kollegen vertrauen? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Bekomme ich Kündigung? Oder bekomme ich einen neuen Arbeitsvertrag? Soll ich mich umziehen? Soll ich diese Reise buchen? Und, und, und. Diese Fragen betrifft den Alltag und es sind auch wichtige Fragen. Dazu benötigt man keine Analyse. Es ist auch nicht zeitaufwendig, das zu beantworten. Und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-dendera-susanna-medici.com Sie beschreiben Ihre Lebenssituation. Sie können auch ausführlich beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und von mir bekommen Sie blitzschnell natürlich die Antwort. Und ein guter Rat ist natürlich Gold wert. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Auch die Zeitqualität kann ich astrologisch genau beschreiben. Und nicht vergessen, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici-Papur. Sehr gut. Wie funktioniert eine Frage. Die Zeitqualität hat mich nun mal an, Vielen Dank.